Es sind, ich würde ehrlich sagen, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, denn hier haben wir also meiner Meinung nach ein sehr gutes System, was zu uns passt einfach. Aber was wir aus Madrid mitnehmen können, ist der Killer Instinkt. Beim letzten Spiel, also jetzt beim letzten Spiel gegen Ukraine, war ein super Spiel, also rundum. Also ich habe lange nicht mehr von uns ein 0-0 gesehen, was so gut war, aber halt das eine oder das andere Tor hat dann am Ende gefehlt und ich denke, da können wir einfach einiges mitnehmen, also von Madrid.